Und starte eine Neuerausnahme. Das sind Tassenkürze. Das habe ich gut gemacht. Schwimm um dein Leben, Amsch. Ach und pass auf, gleich ein bisschen noch die Schlucks davon auf. Bis später. Schlucks. Schwimm um dein Leben. Führe mal durch diese türkische Tür. Das ist ein türkische türkische Gewässer, in dem du in die Wasserbund schlägst. Oh, scheiße, ich hab noch. Nein, stopp. Start. Links 3 mal. Neuertes Start. Also... Sagen wir gut, das ist Wasser. Ich hab fast aus Versehen. Oh, das ist... Wow, what the fuck. Genickbrecher 2000. Ich kann noch was. Ah, ich muss erst mal noch eine Stuhl. Läcker. Wieder Sprudel. Ich meine Sprudel. Ich fäng schon lieber Kuhn als Wasser. Aber... Jesus Christ, was ist mit diesem Mann? Wie ist das so groß? Ist das alles richtig? Muss ich mir Sorgen machen? Frunch? Entschuldigung. Ach, stimmt ja. Und... Du weißt ja doch... Ape kann ja... das Busses sozusagen niederwachsen lassen. Manche aber... Das ist nicht gut. Also... Muss man mit dem wirklich... Also vor allem mit ihm müssen wir wirklich gut einsetzen. Bei Ape... Bei Ape... Der hat so ein Gefühl, das war das Problem. Der kann ja... 1.1 hat man das natürlich wieder wachsen lassen. Hallo! Das ist zum Beispiel... So... Ah... Ich hab mir die da drauf... Also nicht raus... Ich hab mir die da drauf... Ich hab mir... Einmal spart ich... Deswegen weil ich mehr... Ich glaube, wenn ich... S... B und S... Oder so... Deswegen... Danke, ob das noch nur so steht... So wie jetzt... Es steht... Noch... Es steht... Es steht... A... Also... Anstatt A noch D drücken... Oder... Es steht... W... S... Oder... Es steht... S... A... Also... Also... Nicht schoner... Also... Nicht schoner... Dass ich... So... Das war eigentlich schon... Neben... Dann... Aber... Wenn es... Zählen hat... Ob ich mir... Sprung... Stopp... Nehm ich gerne an... Vielleicht... Aber die... Vielleicht kann das... Gefahr werden... Vielleicht können das auch ein paar Stellen so... Das... Typische... So... Wohl... Also... So... So... Was ist los... Ich sehe gerade... Okay... Ich... Was... Mach... Ja... Sind die nicht... Pech... Aber... T... T... Was... Das ist eigentlich... So... Von der Tisch... Ja... Oh... Oh... Jesus... Christ... Was... Was... Eigentlich sollte man den mit... 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 Okay... Spacer... Ausgleich... Also... Mit... Schwung... Halter... Na... Schau... Was... Ich... Was... Ich... Ich... Aufnahme... Ja... Komm... Mach ich noch... 10 Minuten... Dann wäre dieses Video... Noch... Keine Minute... No... Ach... Ich... Ich glaube... Ich habe... Ich habe... Das ist geoppt... Was... In diesem... Level... Also ich glaube... Das war ein... Das war... Im... Auf jeden Fall... Gab es... Ein... 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 So... Ein... Ein... Also... Schaffer... Wenn wir dann... Das... Schaffen wir nochmal einen Halt in die Tür Das wird schafft und dann gleich öfter schausten oder äh äh Weiß nicht ob das was Ich geb's so Ich seh ja auch nur im Englisch an Was ist das für Josi und die Tür das hat Schauen wir mal an Was ist das, dass ich gar nicht so viel Was ist das Problem? Ich hab gesagt so ein Frucht bei dem Rad Die Weiche das haben es durch Dunkelheit und schlechte Hygiene geschafft Einmal hier Die hypergefährdigen Kanaltrucks weichen ihnen aus, um die Bespenzungen zu tun. Ja, das hab ich vorher schon mal vermittelt. Aber das ist gar nix. Das ist ganz krass. Ah, ich hab das nix angeboten. Ne, ich glaub das war nix. Sag mal was? Das hat Schub. Das hat Schub. Das hat Schub. Das ist gar nicht schneller als er. Das hat Schub. Das hat Schub. Das hat Sitzmeier. Ich hab keine Schub. Das hat der Schub zogen. Das ist gar nicht mehr. Das hat mir auch schon mal gemacht. hier ah ja sind wir auf der drüben? da 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 das das da 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 das sind ja alles in der Lage was ist los? aber das ist blödströmer, wenn man das aufmacht aber das hier wird ja niemand erzählt was das ist das war natürlich mit der Resil nicht so gut man brauchen meine Handy-Version und ja, mit was ich ja das Display eigentlich angefangen habe so das muss ich was manchmal überwirkst mit diesem Talks auch nicht der Talks auch nicht damit manchmal tatsächlich nicht sammeln weil er hat ja nicht die Idee ey also nur hier so was machen Flurridge ach ne, das war das Level mit den Minen das würde ich halt das hab ich ja jetzt gepostet das würde ich mal das würde ich mal von den Geschmacks ist eng die Valkas betreiben streng geheime Fluriden ins Milch mit dem Eisenkanal sie meinte den Wasser und denke darum mit dem Wasser das ist schon ne, das ist ja ich versuche mich jetzt die ganze Zeit nach dem Wasser zu holen aber ich glaube nicht wow 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 das war 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 das ist das war Ich habe jetzt gerade 3 Nita, das heißt die Sprechen, die sind ja so, wenn man wahrscheinlich nicht mehr hat. Und dann muss man noch 5,5 Level, 5,5. Und das ist ein sprichender Level. Habe ich jetzt die Sprechung holen. Weil ich nun keine Sprechung habe, also das ist jetzt wieder aufs selbe Stil. Das heißt, um 5 Uhr habe ich es jetzt noch. Das heißt, ich habe den Lern an und... Oh, die schönen Fahrer. Ah, ok, ich kann nicht. Ich habe gewonnen, dass ich irgendwann mal neu schaue. Naja, scheiße. Ok, tut mir. Kann nicht mehr, leider. confidence. Neckabrot. Nackels. Brot. Äh! Spannendien. Ich habe die Menschen nie gehört zu sein. Hier. Ist das auf die Langsam eingestellt? Das ist ja nicht alles gut im Bewegung. Das geht nicht lang, da mal. Ja, das geht nicht lang. Das ist ja nicht lang. Nein, da geht es nicht lang. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Glaub ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Okay, jetzt ist ein Passatrad fast mit aufgegangen. Aber ein guter Pumpele liegt noch. Ah, okay. Hallo. Jetzt muss ich gleich mal nachgelaufen. Passatrad benutzt die Aktionstaste, ich weiß mal, um in offenen Wohnen zu stehen. Die Wohnen mitgekehrt werden nur durch jedes Ausfluss. Vergiss nicht! Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr kippen kann. Also ich versuche jetzt ein weiteres. Gut, dass ich es nicht mehr kippen kann. Aber das letzte Mal wollte ich das... Also das erste Mal, als ich das Spiel geändert habe, oft geht es wieder dadurch so ein bisschen mittlerer Ende. Zwar das gute Ende, aber nicht alle Freunde gerettet. Ich schaufe gerade mal alles gut. Ich schaufe gerade mal alles zu finden. Ob ich die Wohnen mitgekehrt habe oder als ich die Level nicht so ein bisschen... ...wollte ich nicht mehr mit dem Level war und... ...wollte ich nicht mehr mit dem Level waren. Ja, erstmal! Geblieben. Sieg es nur noch an. Sieg die Reaktion. Dann werde ich irgendetwas tun. Du hast aber noch nicht topped страш. Er ist nur noch ein whmmmsterohaard. Dann habe ich ihn nur noch einmal gefeiert. In der Sommer. Klaupte du denn? Ich bin nur noch gar nicht. Nein! Okay, ich kann mir jetzt nicht so viel... Ich kann mir nicht so viel... Das ist sogar so schnell... Jetzt erst nicht! Bin ich vorher? Dann erst jetzt nicht! Oh, wo ich da jetzt schon in die Mühle gelandet bin? Nein, nein, nein... Nein, das ist nicht... Ich halte, dass ich alle vorhin sammle... Ich wusste einfach, dass du nur kurz sind, denn das ist auch nicht... Ich wollte schon die Platten dafür machen können, weil die Fläsen sind jetzt nicht so schwer zu anhalten Sollte... Sie müssen so schwer es auch noch ein bisschen... Oh, den Moment hat man vielleicht schon auf den Rest gesehen... Ich kann ganz gut sagen... Auf dieser Seite mal! Ich hab mir einen浙er Talk gefangen. Ich bin einnachrichtig, ich bin einnachrichtig, ich bin einnachrichtig. Ich bin einnachrichtig! Ich bin einnachrichtig! Ich bin einnachrichtig! Oh, stop. Ah, das geht mal um. Absolut, ne? Das wäre schön. Oh Gott. Ich sag, hab ich jetzt so schnell die Mino gesehen. Er kann... Ich kann schon mal, ob das der nicht so fett drin ist. Oder sterb ich es erstmal? Da freu ich die Achtung. Ah, das war so gross. Ah, Alter, ich bin schon hier wieder. Oh, oh, oh. Ja, schieß es. Oh, oh. Schieß es. Aus. Oh, oh. Ja, fällt er gegen mich der Sonderkoll. Das ist völlig losgegangen. Da fällt das Mist. Das nächste... Kommt das nächste... Habt ihr alles... Das ist super, dass sich das halt richtig gefällt... Ich glaube aber... Du, ne einfach... Irgendwas sind nicht reingestellt jetzt... Wie? Das ist von Schreibtbrunnen... Alter... Das stimmt doch mal nicht... Du furcht die Scheiße... Ja, zu nahe... Drück... Ja... Ja, komm... Hör dich das doch mal... Hör dich das doch mal... Hör dich das doch mal... Was war das denn? Jo... Ich halte mich mit... Und jetzt... Charge... Boah... Ich muss noch... Ich muss noch... Ich muss noch... Ach... 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 Take this one... No one... ... ... ... ... Das ist ja 5 krisen, aber ich bin jetzt nicht mehr. Oh, nie. so wir fallen jetzt endlich schon zusammen was ist das denn? mein Gott, ich hab's heute Ruhe gemacht, oh mein Gott Respawned Respawned, das ist so gut Besonderer, wenn wir so gut laufen Besonderer, so gut Alter, heute hab ich ruhig jetzt, heute hab ich es ja ja das sind die Stimme von Moritz das ist einfach noch für mich meinst du mir auch schon ja so 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 ich komm nicht mehr zurück, oder? ok ich komm nicht mehr zurück nein heiße, da war im Wasser was war denn da? was war denn da? doch war er so naja na gut, da werden wir so äh Dings boah, das wird scheiße, das ist scheiße wenn da oben keiner gewesen wäre na gut na gut da wird man von einer Kaffee sehen nur einer angefehlt, aber alle haben da von einem zum zum nächsten kam was ist das wirklich das los da 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 ah da dem Abwechslung Ja, vorsichtig gefahren, das muss ich auch machen. Was ist denn hier? Ich mache jetzt einen kurzen Wunsch und bereue ihn wahrscheinlich später. Ich glaube schon, das muss doch von 13. Da ist entweder einer draufgegangen oder da oben war wirklich einer. Nein, 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 nein. Genau, da fehlt hier. Oh, das ist doch kacke. Wir haben halt da alle, du. Ich bin rot, hä? Scheiß, du bist rot. Dann geht mir anscheinend nicht nach. Ach, ärgerlich. Ich hab's immer wieder vorzusehen. Oder vielleicht ist am Ende noch ein Kämpfisch. Hoffe ich mal. Alter. Alter. Ich hab's halt völlig mit diesen Scheiß-Minen. What the fuck? So, jetzt checken. Ah. Oh. Na, Routimedia. Ist abgezogen. Richtig viel abgezogen. Ja. Wie gesagt, dann rennt ich das, damit ich ja wahrscheinlich nicht runter kann. Oh, ich dürfen die Level bestatten, sonst? Ah doch, da wollen wir starten. Ja komm, wir starten bis zum Ende, aber gehen nicht ins Ende rein. Am Hüter des Schacht. Ah komm, wohnen. Was hast du nicht? Aber ich habe nicht nur eine Unterricht. Wir holen nicht. Du hast nicht. Also ich mache dich. Du kannst dich noch ein bisschen mit dir. Aber du kannst dich nur ein paar Mal bei dir. Du kannst dich nicht mehr verbringen. Komm an! Nooo! Okay, jetzt haben wir schon die Schüsse kämpfen! Komm an, hopp! Wir sind drüber da! Wir sind drüber da! Wir sind drüber da! Wir sind drüber da! Was ist denn das? Was ist denn das? Ah Gott! Das ist gut! Das ist gut! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Da können sie nicht sein! Da sind wahrscheinlich alle brauche! Alter! 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 Das ist doch ein Minibo! Weißt du was? Was ist das hier? Und auch auf mein Leben! Weißt du was? Auf geht's! Level Null! Dann kommen wir später da weiter wieder! Ich meine, ich habe schon 15 Schmier! 90 sind noch bis 40! So! Dann speichere ich hier nochmal gerade! Und zwar... Dann würde ich mal sagen, war es das mit den diesmaligen 3 Parts von Order of Munch's Odyssey! Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Like, ein Abo wäre auch schön! Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder! Ciao! Ähm, F2!